Wir sind sowieso wegen absoluter Rückgratlosigkeit vor die Tür setzen, wenn sie sich jetzt weichklopfen lässt. Sag es noch einmal für mich. Du stinkst. Du bist am Aufnehmen. Das ist ja gemeint. Du stinkst. Guck mal, ich habe jetzt einen Blackout. Du stinkst. Ja, ich weiß. Du riechst auch nicht gerade wie eine Straße. 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 Oh, nee.